Okay, jetzt kommt wieder der komische Mist. Oh, danke. Wir brauchen irgendwie eine Karte, war das, ne? Ach, guck mal, da haben wir sie ja. Die Fahrkarte, die uns letztes Mal gefehlt hätte. Wir brauchen mal ein bisschen mehr, bis er auflägt. Okay, Fahrkarte haben wir schon mal, jetzt wurde gerade gespeichert. Ich muss erst mal herkommen, wa? Oh, das ist nicht gut. Jetzt kommen die Mehl. Ja, besser spät als nie, wa? Ja, bist du gefährlich da hinten? Also, den nervt er jetzt schon wieder. Ja, das ist nicht gut. Rückkopplungsscheife. Scheiße, ne, nicht scheiße. Tastes like candy. Was soll ich gerade sagen? Rückkopplungsschleife. Nervt doch nicht so. Hau ab. Oh, der muss ja raufschießen. Verdammt. Wieso? Und da hinten muss er auch nochmal aufschießen, sehe ich gerade, okay. Hallo, Frames. Alles gut. Hallo. Was haben wir Pille? Einmal umdrehen, man hier kriegen wir aber richtig viele Pille, nur haben sie gerade. Kann ich noch gar nicht treffen, sehe ich gerade, wahrscheinlich einen Revolver ausprobiert. Was ist das? das ist er da unten ok nice andere seite einmal 10 hp, was ist das da? 5 hp, 15 hp verdammt da wollte ich gerade rauf wo will er denn, dass ich hingehe? will er, dass ich da reingehe? wo ist das denn? Ich bin jetzt auf der Schütze. Auf der Schütze. Auf der Schütze? Okay. Nice. Out of ammo, sagt er. So, mal gucken, ob hier irgendwo was rumliegt, was ich noch einsammeln kann. Bei den ganzen Tischen habe ich auf jeden Fall was gesehen. Oh, ich kann da sogar runtergehen, ne Leute. Ich sammle jetzt erstmal wieder Lebenspunkte ein, würde ich sagen. Bisschen, paar Snacks. Die habe ich ja hier irgendwo gesehen. Eine Flair, damit sind wir wieder bei 5. So, wir werden mal gucken, ob hier irgendwo was rumliegt. Und überall was zu sein. Das meiste ist aber hinter dem Haus, ne? Gucken nochmal. Ja, scheint nix im Haus zu sein, gut zu wissen. Kommt man da auch gar nicht rein. Das ist alles weiter hinten, ne? So wie es aussieht. Jetzt hier unten gucken. Und da oben gucken. Was ist das? Munition, Munition und zwei PIN. Okay, cool. Na Mike, was machen eigentlich deine Felder? Magst du da nicht mal irgendwie so ein paar Screenshots zeigen im Discount oder so? Mit deinen Milliarden auf dem Konto? Hm, also da konnte ich gerade irgendwie nicht rein. Und wo mal bist ja? Und wo mal ein... Guck. Guck. Guck mal. ich probiere noch mal ob die tür jetzt offen ist aber warte mal hier ist ja der zorn weg muss man hier gar nicht rein wundern wundern Okay. Und was sagst du zu den Screenshots und so? Oder hast du mich gekonnt überhört? Ja, ich hab generell gefragt, was du, wie es deiner Farm geht, wie viele Milliarden du schon hast und ob du da nicht mal ein paar Screenshots zum Discord posten möchtest. Aber ich glaub, du warst gerade wieder in der Küche oder so, wo ich mit dir gesprochen habe ich mit dir gesprochen, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich Reiche die Spitze des Wachbombs der Farm geht es gut sehr schön wie kaufen nur sachen an produzieren daraus andere Produkte Popcorn Kuchen Zuckeranzug achso ihr seht da gar nichts mehr selber oder was ihr lässt jetzt nur noch liefern oder wie ich glaube am Anfang habt ihr ja noch selber angebaut oder mal bei der Seilbahn ist was oder Seilbahn ist was oh da muss ich nochmal nach hinten doch wir sehen auch aus mit einem Mod mit das ganze System kürteln und wir warten auf dem Patch aber der Mod Schreiber schon dran oder was arbeitet da schon fleißig hoffe ich doch so Stumpon ihn selber ok hier Das war so, um, yeah. Ja, die haben gerade einen Shitstorm anhaken, wieso das denn? Yo, Mike, Stufe 5, herzlichen Glückwunsch! Löschen ständig, negative Threads haben nicht mal den Po in der Hose, um zuzugeben, dass sie Mist gebaut haben. Am Hacken. Meins Haken? Haken ist aber ohne C großer. Also da läuft gerade so einiges schief, saß da ja. Shitstorm am Hacken. Am Hacken? Meinst du vielleicht Hacken? Das englische Wort Hacken? Heutzutage schreibt ja irgendwie jeder Denglisch. Da muss man immer überlegen. Meint er jetzt das deutsche Wort oder meint er jetzt das englische Wort? Oh shit. Ja es gibt ein neues DLC. Was man noch nicht mal benutzen kann, weil es für den neuen Patch geschrieben ist. Aber man kann es schon kaufen. Nein, ich meine Hacken. Nicht Hacken. Der Hacken. Schuhhacken. Ja. Shitstorm am Hacken. Ja, okay. 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 Alles klar. Ja, manchmal ist das Geschriebene, ne? Du weißt ja wie es ist. Manchmal liest man das ein bisschen falsch und dann... Aber gut, dass du es geklärt hast. Wuhuuu. Nice. Das ist keine Übung. Der Schlüssel befindet sich im Inneren. Oh, da ist er. Drei Schlüsse sogar. Habe mich ge... ...getarnt... Achso. Ist nicht getarnt. Ja, schön. Gut. Was sagst du eigentlich zum neuen Revolver? Wie du siehst, schließt er das Portal jetzt auch schneller, ne? Hast du schon mitgekriegt? Na, hab ich probiert. Hast du ihn poliert? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Genau. Wie ist er direkt an mir steht? Ha ha ha! Es hat eine kleine Antenne. 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 klippenschlüssel damit gelange ich zur abkürzung durch den wald sehr nice zum südwald naja elysium state park brandwächter handbuch kenne die beschaffenheit des geländes um ihren pflichten nach besten kräften nachkommen zu können müssen sie in der lage seien die lokalen orte von interesse korrekt identifizieren zu können fort sonder eine stillgelegte anlage der us-army der stützpunkt wurde während des kalten krieges erbaut und verfügt über einen unterirdischen bunker sowie einen radarturm wasseraufbereitungsanlage meerwasserentsalzungsanlage und größter wasserversorger von midnaven kirche und friedhof auge der gesegneten auf dem gelände der ende des 18 jahres erbauten kirche befindet sich auch eine in den berg hinein geschlagene historische gruft der funkturm der ursprünglich für die nutzung durch fort sonder erbaute funkturm wird inzwischen von zivilen radiosendern von midnaven benutzt die seilbahnstation befördert jährlich hunderttausende besucher zur aussichtsplattform und zum besucherzentrum des elysium state parks tipp es gibt vor ort auch ein hervorragendes lokal ja da waren wir gerade drin gewesen das stimmt ich brauche mehr von diesem ich muss rausgehen oder so ja gestern war wirklich sehr warm auch für meinen geschmack ein bisschen zu warm und heute hast du wieder fast minus gerade weißt du diese temperaturschwankungen die bringen hier müssen noch zur kirche so wie es aussieht und wir wollen es auch ja ja 5, 4, 3, 7, 0, 1, 2, 3, 5, 4, 0, 1, 3, 4, 5, 6. Ach, 2, hm. Ja, nups, ey. Eine Leuchtpistole. Ja, nups, ey. 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 Wir hatten hier hinten irgendwo noch eine andere Tür, oder? Ja, nups, ey. Ja, hier hat man noch eine Tür. was ist so Ich kann nichts mehr davon tragen. So, dieses Elysische Gefilde. Jetzt erkenne ich, dass das Reich der Rechtschaffenen, Toten und das Reich der Helden ein und dasselbe sind. Ein Lied des Triumphs, dreimaliger Gewinner der Reise durch diese Uterwelt und im Aufbruch zu meiner ewigen Vierten. Verfasst von Unbekannt. Der hat so viele Sporen freigesetzt, genau. Ganz genau. Wow. Elektron-Mist. Ich kriege ja teilweise hier wirklich sehr viel Schrofflind-Munition. Wenn ihr das lest, bin ich längst weg. Ich bin euch auf der Spur. Ich weiß, was ihr getan habt und werde euch nie verzeihen. Ich werde nicht aufhören, bis ihr eure gerechte Strafe erhaltet. Wenn ihr mich verfolgt, habt ihr eine Zielscheibe auf dem Rücken. Und wie ihr seht, bin ich ein verdammt guter Schützer. Mit freundlichen Grüßen, ihr könnt mich mal. Ranger, bitte, war ich hier nicht schon mal. Na ja, man kann ja auch so schräg gucken, ne? Muss halt ja nicht direkt... Es sieht nur so aus, als wäre es direkt vor meiner Fresse, aber ich denke immer, das ist eher sowas wie... Ja, das ist so ein bisschen daneben. Jasmin Emeschener sagt, hallo Herr, ihr könnt mich mal. Ich bin die Männchen. Freut mich, sie kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob er sich zurückfreut. Der Jäger, der das geschrieben hat. Ich wollte gerade auf eine Map gucken, wo ich hin muss. Lul. Gefallener Anker-Turm. Hier war ich schon mal, ich habe Scham bekommen, das weiß ich noch. Ich habe versucht, hier einfach so reinzugehen. Da habe ich trotzdem Schaden gekriegt. Da scheint aber auch ein Item zu sein. Irgendwo hinten. Frage ist nur, wie kriegt man den Strom aus, wa? Da liegt es. Ich sehe es. Ich sehe es noch. Greift durch. Genug Platz wäre da auf jeden Fall. Ich sehe es noch. Eigentlich will ich ja erst mal da zu dem Item gehen. Ich bin anscheinend irgendwie vorbeigelaufen. Vielleicht beim Brunnen? Gesundheit. Nice. Ich glaube, das war es. Ich glaube, das war es. Okay, hinter mir ist nichts mehr. Ich bin anscheinend. Ich weiß nicht. Ich bin anscheinend. Nichts. Vielleicht ist es nicht mehr. Ich bin anscheinend. was will der eigentlich immer von mir ich gehe mal weiter wenn er jetzt erstmal da hinten ist dann kommt er ja glaube ich jetzt nicht mit so wo war man gerade gewesen beim bunker also bei der kirche ist noch was und beim funkturm dann gehen wir erstmal zur kirche mit dem friedhof da ist bestimmt auch noch eine menge action aber ich bin jetzt schon wieder 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 muss ich an ihm vorbei warte mal kurz ich muss an ihm vorbei oder was ich habe jetzt gedacht ich kann jetzt hier einfach so rein aber ja ich bin jetzt hier Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kannst du mir mal bitte verraten, warum da jetzt wieder so ein Schutt dran ist? Wo ich den vorher abgeschossen hab? Ein bisschen Schutz ab und der ist wieder dran, was ist das denn für ein Blitz? Also wo wollen wir zuerst hin? Kirche, Spielplatz oder Minen? Okay, der geht in Richtung Kirche, dann gehen wir Richtung Spielplatz. Tempo Pillar, nice. Was machst du hier? Du wolltest zum Spielplatz. Garbage war, no toll, Whiskey. Garbage war, no toll, Whiskey. Das war's für heute. schön daneben geballert mann fall um du nervst wieder mir was hat er mir gerade gedroppt alter ein akku mich verarschen lebenspunkte droppt mir eine batterie alter so we're going to wait for the cure here this is not here and ammo Edgars Roboter? Jetzt kriege ich der Endboss von Secret of Evermore. Du hast gerade den Endboss von Secret of Evermore besiegt. Nice. Warum rocket jetzt so? Ich erreiche die Spitze des Kirchtaums. Okay. 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 Irgendjemand versucht mit mir zu kommunizieren. Psst. Pater Chris ist so faul. Jede Wette dieses Jahr versteckt er alle Hilfsmittel für den Unterricht wieder wie immer. An der dunkelsten Stelle. Richte deinem kleinen Bruder bitte aus, wenn er dieses Jahr wieder die Schatzsuche gewinnt. Was hat das für komische Geräusche hier? Tritt ihm meine Schwester in den Hintern. Ich habe gehört, wie sie beim Duschen ihre Siegesrede geübt hat. Sie glaubt so fest daran. đượcvagin. Not bad. Folgt mir irgendjemand? Ne, ich brauche den hier. Es wird sich sein, als wenn mir irgendjemand folgt. Okay, eine Zyklop-Medellung. Ein Einäugier-Riese. Wird die mir jetzt noch oder nicht? Die Zyklop-Medellung.